Willkommen zurück zum Nyakuza Metro DLC von AheadinTime. Wir haben das Lied in den Zeitriff hier gefunden. Wir wissen ja wie bekanntlich, Rumbi Fabrik, dass die Lied in den Zeitriffs uns immer die Story erklären. Also die Backstory. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe sehr, dass das hier nicht sehr lange ist. Plus ich habe mich nagell schon viele Bilder es gibt. Vielleicht sollte ich das mal eben machen. Wäre eine... Keine schlechte Idee auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, dieser DLC ist wirklich super duper lang. Also seid gespannt. Ich meine, gut, der erste DLC ist eigentlich auch lange. Aber nur wegen dem Death Wish Modus, den wir vielleicht auch nochmal durchspielen. Nach diesem DLC hier. Aber ja. Hier ist auf jeden Fall schon mal... 10 Bilder! Oh mein Gott. Okay, aber habe ich schon mal erwähnt, dass es übrigens das letzte Chapter ist? Aber ja. Das gucke ich hundertprozentig nach. Okay, das ist eigentlich nicht ganz easy zu merken. Also. Hier gibt es eins. Beim nächsten gibt es zwei. Danach gibt es wieder eins. Danach gibt es wieder zwei. Danach gibt es wieder eins. Und so weiter und so fort. Und ja, ähm... Es ist das längste Level von den Timerifts. Also, ich hoffe, ich brauche nicht lange. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass wir wieder zurück in die Action können. Obwohl, das ist ja auch ein bisschen Action hier, kann man schon sagen. Okay, ist das Ziel. Wie viele Ponds brauchen wir? Vier! Aha. Ähm... Ja, okay. Ist in Ordnung. Ist okay. Ist in Ordnung. Alles können wir so machen, wie gewohnt. Boing! Was ist hier eigentlich? Ah! Es ist böse! Es ist böse! Es explodiert. Hilfe! Hilfe! Wisst ihr, ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn Sachen explodieren. vor meinem Gesicht, das ist eigentlich... Ganz ehrlich, eigentlich ist es nicht so schön. Eigentlich, natürlich nur. Fragile! So, hier ist noch was. Kommt super schnell wieder auf der anderen Seite raus. Ja, fehlen aber noch zwei Bildchen. Eins ist hier. Und das andere? Das... das andere? Ich hätte gedacht, dass hier so eins wäre. Einen ist so halb kaputt, kann man so kaputt schlagen, dann wäre das so drin. Wäre cool gewesen, aber ist nicht so. Jetzt mal schauen. Ich habe das locker irgendwo verpasst. Bin schon dran vorbei. Zwanzig Mal bestimmt. Ja, ihr habt es gesehen. Boah! Gutes Versteck! Das ist ein echt gutes Versteck. Okay. Das ging ja jetzt noch. Aber... Ich soll mich nicht so früh freuen. Das vom... Das letzte, was wir gemacht haben, das hat mich wirklich gebrochen, du. Das war echt too much für mich. Also hoffentlich wird das hier nicht so schlimm, oder ist es schwer, oder was auch immer. Und ja. Mist, nicht getroffen. Bumm. Lütze aus dem Weg zur Seite. Was auch immer. Lass mich in Ruhe! Puh. Ich glaube, hier brauchen wir auch wieder vier, oder? Kann das sein? Können wir zumindest gut vorstellen. Äh! Nice! Ja, vier Stück. Und da habe ich schon das Bild gesehen. Okay, also ich weiß... schon mal, was alles ist. Was? Den Jump hat es doch nicht geschafft? Na, warte von hier, aber safe. Nein? Doch! Doch, 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 doch. Muss man nur geschickter machen, als ich es gemacht habe. Hä? Habe ich es bekommen? Ich glaube schon. Okay, das letzte ist auch noch auf einem Band. Okay. Wo ist das Exit? Da ist das Exit. Also bisher mag ich das Level hier. Bist du, das ist cool. Schon Jump'n' Run'n' Ding. Chill' ich vor allem. Okay. Boing. Immer von oben nach unten arbeiten. Müssen wir das, was ich mache. Ich denke, das ist so, ähm... Boah, knappes Ding, Alter. Äh, ich glaube, das ist so am besten tatsächlich. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also eins... Bitt noch? Na, wir haben gerade eins... Haben wir gerade ein Bild eingesammelt? Ja, oder? Ja, oder? Ist doch nicht blöd. Haben wir gerade ein Bild gesammelt? Ich denke schon. Oh, da bauen wir unsere Einwohnerbrille. Brille. Steuerung manchmal. Tadam. Fünf Reichen hier. Ich sage mal, so viel ich will. Haha. Sonst gebe ich mir vielleicht spätere Passagen für... Die später vielleicht noch kommen könnten. Na, das Ding mache ich hier. Ich mache keinen und halben Sachen. Aua. Verdammter Mist, ey. Was sollte denn das? Boah. Ich bin hier nicht beliebt, ne? Was gibt's denn hier? Ballons? Död, nöd. Sorry. Ist noch so ein Ding. Hi. Was geht ab? Kumpel. Drei weitere Ponds. Bis nächste. Genau, ja. Genau, genau. Ja, passt alles, wie es ist. Können direkt raus. Aber ich glaube, hier versteckt sich noch ein Bildchen. Zumindest noch. Ja, hier im Tresorraum. Money, money, money. It's always about the money. Das wäre, finde ich, ein guter Ort, um Sticker zu verteilen. Obwohl, ja gut, Sticker in so einem Ort, in so einem Zeitgriff zu verstecken, weiß ich auch nicht. Aber ja. Ein ganz netter Ort hier. Ganz viel Geld, ganz viel money. Ja, ja, ich weiß, es wird schon sowas. Ja, ja, ich verstehe schon. Okay, das ist also doch kein schlimmes Timelift. Das ist voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Ach, mann. Super long jump. Das ist doch ein Herz, wenn man es braucht, wenn man es haben möchte. Muss jetzt nicht sein. Hier drin ist noch was. Nicht in den Werden steigen. Keine gute Idee, kiddo. Ja, wir können jetzt schon gehen, aber machen wir es natürlich noch nicht. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Boah. Sie sind geieinander gestoßen, sind da explodiert. Das ist doch bestimmt ein Bild, oder? Nee, leider nicht. Leider kein Bild. Hier aber vielleicht. Na, 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 na. Ja, stimmt. Wir haben ja auch noch extrem viel Geld jetzt noch. Also wirklich, wirklich sehr viel Geld. Oh, hier war doch was. Habe ich es übersehen, oder? Ja, doch. Ich muss es übersehen haben. Ah, ich, ja, okay, die Kamera hat sich halt nicht gewechselt, ne? Ah, das ist doof. Äh, okay, 8 von 10. Das ist auch der vorletzte Ort. Äh, so. Erstmal da rüber. Und wo ist es jetzt ein Bild? Also das vorletzte. Also das letzte in diesem Bereich. Ich habe den Jump mies gemacht. Sehr, sehr mies. Moment. Äh. Moin. Ja. Ja, und was nur? Ah, da hinten. Ich seh's. Füß, 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 füß. Nee. Hä? Das ist ja auch nicht das, oder? Nein, ist auch ein Porn. Ja, ist auch einfach so ein weiterer Porn. Da! Ah, ich seh's. Ich seh's, ja. Ich soll von... Ah, so, so. Hier durchsliden und dann hat man's. Da-dam. Schön. Ich soll jetzt noch schnell nach ganz oben kommen und dann sind wir hier. So, jetzt sind wir so gut wie durch, würde ich mal behaupten wollen. Das letzte Bild befindet sich hier. Irgendwo. Lights, Camera, Action? Nein. Hm. Hier hinten ein Bild? Ja. Tatsache. Stell dich vor, das hätte ich noch verpasst. Pff. Das wär's dann gewesen, oder? Okay, jetzt wirst du verprügelt. Danke fürs Geld. Und nochmal. Pff. Ich brauch' trinken, das Geld. Ich brauch' neue Jacken, neue Kleidung, neue Farben, neue Kamera. Äh, äh, Perspektive. Äh, äh, ja. Und, 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 und. Düb, 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 düb. Das ganze Geld. Trinklabel, an. An. Let's. Go. 50. An der Zahl. Das steigt immer mehr. Und wisst ihr, was das auch noch steigt? Achso. Kannst du nochmal gleich. Erstmal die Story. Und die hinteren Geräusche. Müssen die jetzt eigentlich noch sein? Muss das wirklich noch sein? One last journey. Runvio. Okay. Oh. Headkid hat hier diesen Saubermach-Roboter bestellt. Und die haben sich ineinander verliebt. Also, die mögen sie auf jeden Fall. Genau, dann ist das passiert. Genau, dann ist das passiert. Dann alles mitbekommen. All unsere Reisen. Ne, hier. Beginning. Nach im Afriatown. Äh, Bird Studio. Meine Erlebnisse im Wald. Ich hab meine Seele verloren. Dann nach den Alpinen. Dann die End of Time. Und ich hab alles natürlich zurückgebracht. Und wir sind die besten Freunde. Also, basic, es gibt keine Story hier. Ist einfach nur süßes kleines Bildschirmende noch. Als Bonus, ja, yeah. Als Bonus, ein süßes kleines Bildschirm. Bildschirm. Behalte es mal. Mein Remix. Der Mond. Jazz Remix. Nett. Du, bit, got, 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 got. Okay, jetzt wollen wir mal wirklich das machen. Oha. Was ein krasser Remix, wenn ich hier auf dem Geld stehe. Warum ist überhaupt zu viel Geld jetzt auch mal? Ja, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal weitermachen mit dem, was wir vorhin machen wollten, zumindest. Ja, ja, verstanden, verstanden. Ja, Finale. Dum, 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 dum. Die Hälfte schon. Oh, krass. Genau, es gibt vier verschiedene Orte. Ne, es gibt pink, gelb, grün, blau. Und dann gibt es für jeden nur zwei Hourglasses. Zwei, vier, sechs, acht. Es gibt ein Zeitwurf, was wir gemacht haben. Neun. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein Zehntes gibt als Jump'n'Run-Zeitgriff. So ein blaues halt, oder? Blani-Blau? Doch, ich weiß nicht, ob die waren blau. Genau. Das können wir mir noch gut vorstellen. Okay, aber jetzt. Zum einen werde ich jetzt in der Zukunft erst mal mein Geld sparen für die Jacken. Also die kosten ja 200 alle pro Stück. Und zum anderen machen wir jetzt noch die blaue, äh, nicht die blauen, die grünen, äh, da hinten zu Ende. Indem wir uns das letzte Zeitstück sammeln. Das sollte eigentlich jetzt sehr schnell und easy gehen. Ich muss nur wieder den ganzen Weg zurück machen. Ich glaube, den erspare ich euch, falls er jetzt noch ein bisschen länger dauern sollte. Eigentlich sollte es schnell gehen, aber man weiß ja nie. So, ja, bis gleich. Ah ja, genau, hier sind wir runtergegangen, ne? Das heißt, wir können entweder da wieder weiter runtergehen oder wir gehen jetzt hier lang, nach oben, da wir auch hier hoch sollen. Ja, und deshalb gehe ich aus hier hoch. Das hier führt uns zum zweiten Ding, das direkt da vorne ist. Direkt dort vorne. Jetzt kurz timen. So. Boing. Let's freaking go. Hey. Ja, komm, das kennen wir. Es gibt... Ein Fenster. Du möchtest mich immer wieder beachten. Boing. Es ist der perfekte Ort, um ein bisschen zu lieben, ein bisschen zu lieben, ein bisschen zu lieben, ein bisschen zu spüren. Du hast hier fast einen richtigen Kuss aus der Aktion gewonnen. Fast. Ja. Du, 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 du. Habe jetzt eigentlich keinen Pass gehabt, ne? Wait. Sagt mir nicht, ich habe hier 100 verschwendet. Naja, ich... Kann ich da nicht skippen? Tatsächlich. Ich... Ein Plan für einen Ort jeweils, oder? Warte. Ja, wir waren sogar weg. Oh Gott, das war einfach Scam. Das ist ein Scam, Leute. Mach das nicht. Kauft den euch nicht, außer ihr seid wirklich komplett verloren und wirst gar nicht mehr weiter. Dann okay, aber ansonsten macht es keinen Sinn. Das ist ja wirklich ein Scam. Ich habe jetzt genug Geld gehabt für eine Jacke, aber nein. Wow, das war schnell. Blauflossentunde, hier gibt es nur ein Hourglass. Na gut, habe ich jetzt nichts gegen, aber... Das ändert dann... Wie schnell man da will ist. Ändert dann doch meinen Plan, den ich hatte. Yo. Oh, jetzt habe ich erschrocken, Junge. Was zum Teufel seid ihr für ein Bestien? Es gibt einen Bonk auf dem Head. Ich wollte ja Bonk. Bonk. Verprügelt, Alter. In meinem Baseball Bad. Bonk. Und rüber. Immer das ganze Geld ansammeln. Sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja neue Jacken haben. Das ist das Wichtigste. Farben sind okay, aber... Ist keine Priorität. Und die Kamerafilter geht auch nicht so sehr. Die sind schlimmer, diese... Katzen. Weil die machen Damage. Denn dann klauen wir nur Geld. Da, dann habe ich es wieder. Dö, 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 dö. ok. Ok,u muss warten bis er weg ist. Und dannscherecke Scalaarabe. Und dannă mich schnell verstecken. Und das dann immer wieder tun. Woah. Ok, ok, ok Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Jadi, see, easy, șiii. Nicht easy, nicht easy! Oh, ich weiß nicht, was so eine Katze das war, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt umgelädt, umgenietet. Ja, so sieht es aus. Sticker! Was soll denn das? So guckt er zumindest. Ja, eigentlich fehlt uns jetzt noch ein Ticket, ne? Sorry, ich sehe halt nichts. Aha, wie sollte ich das herausfinden, wie ich hier hochkommen soll, also das ist ein bisschen blöd gelöst, aber gut. Mein Gott, dann ist es halt so. Das hat keine Katzen, Alter, sind Ratten oder sowas? Guck ich das mal an, was ist denn das? Du willst, willst du Katze sein? Ja, träum weiter, man. Alles klar, ne? Oh, da muss ich stolpern, während das Ding kommt. Okay. Here we go. Ah! Okay. Yes. Soll ich da hoch? Ich glaube, ich soll da jetzt wieder mitfahren. Man weiß halt nie, ob man da auch mitfahren kann oder nicht. Muss man einfach rausfinden. Und doch kann ich. Okay. Auch wenn es das gerade ein bisschen buggy rum aussah. Egal. Klappt. Hier rein? Ja. Scheinbar. Hier wieder? Ne. Hier kann ich eben nicht mehr mitfahren. Die wechseln sich immer ab von der Richtung her. Da muss ich doch lang, Kumpel. Stehst du mir genau im Weg? Ja. 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 Schon verstanden. Ja. 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 Boah. Ich denke, sie sind cute. Ich denke, sie sind cute. Ich denke, sie sind cute. Ich denke, sie sind auch süß. Da unten ist es schon. Aber ich habe noch kein Ticket. Hä? Wo bekomme ich denn meinen Ticket? Hä? Was ist da gerade passiert? Was ist zum Teufel? Donk, donk. Und... Was machst du denn eigentlich einer? Nochmal Sachen zu verkaufen. Was? Glorreiche 2-Bit-Action? What? Zeit verlangsamen? Das sieht süß aus. Boah. Was zum Teufel. Es muss irgendeinen Trick geben, ganz viel Geld zu bekommen in einer kurzen Zeit. Ach, dieses Ticket ist noch nicht vorbei. Okay. 20. Vielleicht war es auch 20. Ich habe sich gemerkt, dass wir 10. Keine Ahnung. Ja, Ticket ist auf jeden Fall wichtig. Das wollen wir. Sonst kommen wir nicht weiter am Spiel. Ja, jetzt kommen wir zum Pinken. Aber das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Jetzt wollen wir erst mal noch das Blaue abschließen. Wie machen wir das? Am besten, indem wir mitfahren, will ich mal behaupten. Wow. Äh. Äh. Okay. Weil wir sind schon durch? Nee, was ist das? What? Ach, das ist kaputt gegangen, das Blaue. Oh, das ist kaputt gegangen. Wir müssen sechs Schlitter sammeln, damit wir es zusammenfügen können. So. Aua. Kein Problem. Jetzt gehen wir hin. Okay. Da ist ein... Uh, das ist ein Sticker. Ein Sticker! Äh, gib mir den Sticker! Gib mir den Sticker! Gib mir den Sticker! Gib mir den blöden Sticker, Mann! Da ist doch ein Klacks! Hallo, Miezi! Tschüss! Willst du noch eine Klatsche haben? Willst du noch eine Klatsche? Pssst! Und noch eine! Äh, äh, hey! Das brauch ich! So, Tür, ja? Free, was verkaufst du? Ich werde deine Ordnung nehmen! Ich werde deine Ordnung nehmen! Ich werde deine Ordnung nehmen! Ach, nur essen! Das Dingste, was du vorhast! Tod! So, fangen wir weiter! Vier! Zwei! Zwei fehlen noch! Ah! Da ist noch eins! Und dann ist das Zug da! Okay! Uuuuuh! Verdammt! Ich bin fast tot! Fünf! Safe! Da kommt die so schnell! Wo ist das letzte Stück? Okay, vielleicht wenn ich hier oben bin, kann... Spreng! Hallo! Was? Nein! Oh, warte, hier ist ein Checkpoint! Oh, es gab ein Checkpoint! Gott! Gott sei Dank! Gab's hier ein Checkpoint! Okay, Leute! Bis gleich! Wenn ich wieder alles gemacht habe! Okay, hab jetzt wieder alle! Und... Hier ist das letzte Stück! Schau! Gott, er hat ihn! Na ja 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 ja! Sind das vielleicht doch nicht zehn Zeitstücke oder so? Hm, irgendwas passt doch nicht zusammen! Wir finden's bestimmt noch heraus! Ding-Dang-Dong Nice, nächstes Stück. Du wolltest wieder haben? Ja. Doch, noch sind welche da. Es kommt eine Operation, die ich stelle, um eine Kälte zu machen. Eine Transport-Gig. Bring mir noch eine. Und es wird nicht ein Katz in der Stadt mit mehr Kälte als ich. Beim Pinken. Ganz oben beim Pinken. Ganz, ganz, ganz weit dort oben. Oh-oh-oh-right. Ähm... Wie viel Geld habe ich? Oh, 150 gerade mal. Boah. Hier gibt es so viel, ey. Boah, Mann, ey. Pinke Pfotenstation. So, jetzt kommen wir hier durch. Und doch, hier gibt es zwei. Warte mal, eins davon ist aber so eingekreist. Hätte das? Was? Was heißt das? Ich sehe jetzt nichts. Aha. Okay, hoch da. Nein, nicht. Ach, so ein Ding ist das wieder. Ach komm. Hab mich nicht erwischt. Und ist aber jetzt auf hart. Das ist ein Hartmode hier. Yikes. Ach. Yikes. Oh Gott, wir sind durch. Ach. Ach. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich mach mal. Okay, weiter jetzt! Wow! Wow! Was zum? Bus, Zug, irgendwas! Okay, fahrt durch die Welt, alles in Ordnung. Ja, fahrt nochmal durch die Welt, weil das Ding nicht geladen hat. Nice! So! Okay! Rüber! Boah, das ist einfach wirklich Hard Mode hier! Das Pinke! Was zum? Nein, 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 nein! Oh, ich wollte das nicht alles neu machen, deshalb bin ich schnell... ...durchgerannt, noch so schnell es ging. Hier ist ein Sticker! Einer von Baukit mal wieder. Bau-down! Das war... Warte, dein Mund hier! Stopp! Stopp! Okay, wir wollen mir nicht sagen, wer hier vollkommen gegangen ist. Fünf Sterne, so gut, ich komme jedes Wochenende her! Wäre echt so krass, ich kann nicht mal dein Gesicht sehen. Oh! Was? Hier gibt's aber nichts. Nee, kann man nur wieder zurückgehen, wenn man will. Hä? Ach so, das ist eine Abkürzung, wenn man den pinken Pass hat. Ja, wahrscheinlich kriegen wir den jetzt noch gleich. Ja, ja. Okay. Okay. Alright, 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 alright. Du hast noch irgendwas Neues für mich? Ja, warte mal. Actually? Hallo? Kontrolle? Ah ne, das haben wir schon mal gehabt. Okay. Ne, ne. 4 Sterne, freundliche Besitzer gute Preise. Joa. Gute Preise sind immer gut. Ähhhhhhhhhhhhh. Cool. Wihiii. Oh shit. Und... Da kommen wir nicht her. Oh, hier sollen wir ganz schnell durch. Okay, okay, okay. was? Was? Hallo, nehm den, nehm den blauen, jaaaaaaa. Okay. Brille? Nach da oben, okay. Warten, bis der nächste kommt. Ohohohohohoho, schnell durch. Schnell hier durch. Oh nein, das sieht wieder so ein Ort aus. Äh, Sterne. Mein Onkel wurde hier rausgeraubt. Gutes Eiscamp. Echt ein Katzenbilder. Das sieht so ein Ort aus, wo hier wieder so ein Verkäufer ist. Ja, ich würde nicht gern was bei ein Tobias. Hier ist wieder was pinkes. Ich hätte noch nicht aufbekommen können. Mhm. Hi, Kumpel. Nee. Sagt mir nicht, hier komme ich noch gar nicht lang. Doch. Hier. Habe ich gerade eben noch gesehen. Schön. Was ist da ganz unten? Ah, okay. Ich musste es, sorry Leute, ich musste es testen. Ich muss doch wissen, was mich da erwartet. Also das musste ich jetzt testen. Come on. Joinks. 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 genau alle vierte geht es bahnbar aber jetzt gehen die auf die die abkürzungen und alles drum und dran hier ist ein bist und ein sticker ich will ja schon durchkommen zeit anhalten so kann man hier lang dann kriegt ihr dann dadurch token und einen und dort hinten habe ich noch was gesehen schau mal dort geschenk dass noch ein sticker halte mich für verrückt aber den jump schaffe ich außer mein charakter macht so einen blödsinn wo bin ich wo bin ich warum bin ich wieder hier na gut hallo was vor der ist noch nie weggegangen was soll das so also wie gesagt den sprung schaffe ich so seht ihr so thank you for watching thank you fürs like und sap da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten jahr wieder mich im jan das habe ich noch nicht na gut